Jetzt was schönes, bitte. Erzähl mir ja auch etwas. Jetzt bitte. Serge, sagst du mir bitte, was? Schau, ich muss die Kleine zu bringen. Wo ist das? Schau mich an, schau mich an! Zeig mal jetzt bitte doch mal. Ist das so locker oder so? Sag doch Kommentare. Boah, ist ja der Null, der Wachen ist weg. Wenn man mit dem Bad baut. Meine Mutter, oder nicht? Wahrscheinlich, ja. Das ist irgendwie gut, dass du irgendwie gemacht. Pizza, Ding. So.